Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Palos G3. Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Okay, dann schauen wir uns mal weiter. Da hast du eigentlich kein Problem. Okay, dann gehen wir mal einkaufen. Dankeschön. Okay. Seid ihr jetzt die Waffen des Schmieds verkauft? Gartiger Kerl, nicht wahr? Aber er ist ein leckeres Herz, wie Moltenstil. Auch, er ist eine lebende Legend. Weißt du, er hat den besten Schmied in Rivington, sieben Jahre in der Reihe. Und, und, er sagt, dass wenn ich aus dem Stock verabschiede, könnte ich sogar ein Gehen auf den Anvill haben. Hm. Ihr schmied ihm ganz schön den Olie ums Maul, was? Okay, mal sehen, ob ich eure Verkaufszahlen hier etwas ansteigen kann. Zeigt mal, was ihr habt. Oh, yay! Okay. So wenig, äh, so weniger Rabatt kriegen wir ja gar nicht. Ähm, dann, ist das der, ein Dreizack. Hm. Hm. Das wäre ein Kurzschwert. Und jetzt hat er noch ein paar Pfeile. Wir hatten aber auch noch eine Schadensicherungsplus 2. Guck mal. Hm. Was hast du gerade an? Oder du hast immer noch hier die Schattenspischer? Äh, ja, aber ehrlich gesagt. Gutschaden plus eine Initiative ist vielleicht auch nicht verkehrt. Hm. Ähm. Ähm. Eine Energiekanalisierung. Aha. So, Kettenpanzer, was bist du denn? Knochendornkleidung. Hm. Hm. Das wäre doch vielleicht was. Verrüstung plus 2. Hm. Das wäre gut, das ist halt auch eine mittlere Rüstung. Eine Elfenrüstung. Hm. Auch da ist wieder reduziert, äh. Ja, komm. Ähm. Dann gehen, hier deshalb mal eine Runde Geldflöten. Das ist kein Akt. Bitteschön. Ähm. Wo war das Knochending hier? So, äh, genau. Den haben wir ja gerade noch verkauft. Ich glaube, sonst hatten wir eh nichts. Ähm. 6 bis 11, 6 bis 18. Ja, so aufs Große und Ganze. Glebe. Ja, Waffen ist hier irgendwie jetzt nichts, was mich direkt anspricht. Hm. Ritter ist noch plus 1. Du hast schon hier was. Ja, das ist alles. Ja, das ist alles. Ja, nicht das Wahre. Hm. Okay. Want more? Want less? Want to sell? Want to buy? You know where I am. Bye! Mhm. Danke, danke. So, dann. So, schmiert das mal schnell aus. Dann können wir das jetzt verkaufen. Oh, ich warte mal. Karlach, bringt dir das was eigentlich? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja. Ich lasse es mal fürs Erste. Hm. Ja, ich glaube, das kann auch weg. Erst noch deine Seelenmünzen. Ich könnte mal mal einen Umbang suchen, sehe ich gerade. So, bitteschön. Ich lasse es mal. Cool. So. So ist der mit der Dickson-Dustungsklasse. Ja, im Moment sieht es aber noch ganz gut aus. So, was haben wir hier? Kann ich nachvollziehen. Gut, gut, gut. Was haben wir hier? Gut, hier ist irgendwas umgeschmissen worden. Ja, schon. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, ihr seid auch halt alle etwas verängstigt, ist ja auch verständlich. Okay. Ich glaube, ich habe einen eurer Hunde gefunden, Kratzer. Hm. Ja, furchtbar streng mit dem Hund hat er sich eintrafen. Äh, okay, dann pfeifen wir mal. Oh. 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 Scratch. Oh, it's good to see you, boy. Shut up, Dringo, and get back to work. And you've been snacking as well, Scratch, my boy. This dog is property of Sword Coast Couriers. I'll take him off your hands now. Hm. Er lebt bei mir. Ihr könnt ihn nicht einfach mitnehmen. Ich kann was, was ich bitte. Er ist mein Hund. Jetzt raus. Das ist ein privates Yard. Ähm, ja, ich breche jeden Körper, äh, Knochen in eurem Körper, bevor ich zulasse, dass ich diesem Hund weh tut. Hm. Ah, warte mal, du machst den Wurf. Ah. Reicht gerade so. Dank Vorurteil. Du. Du. Du machst keine solche Dinge. Es ist nicht nur Scratch. Sie ist immer schmerzend. Sie ist immer schmerzend. Sie ist immer schmerzend. Schmerz deinem Mund, Dringo. Letzte Warnung. Ich hab gehört, wie sehr Fürst Gottes Tierquälerei verabschiedet. Vielleicht soll der, sollte ich euch bei ihm melden. Uh. Oh, gut. Wir kriegen ja eine ganze Menge Boni drauf. Cool. Ah, das ist ja. Ah, das ist ja. You. You got rid of her. I'll do a better job looking after these dogs than she ever did. I promise. Sehr schön. Ah, Zola. Da ist niemand drin, aber gut. Ah. 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 Alles klar. Gucken wir was hier drin noch abgeht. Hi. Ah. A new face. Something to send. Don't be shy. Welcome to Sword Coast Couriers. To send and to serve. Delivery not guaranteed. Ah. Äh. Ich muss euch öfters betrübiges mitteilen. Ich hab die Leiche eines eurer Courierer gefunden. Er trug diesen Brief bei sich. Gornwick. Oh. That's a real shame. Fine courier he was. Stumped how I'll replace him. Most want to get into the city these days, not leave it. We've had to cut our courier services completely. I'll tell you it's left me in a right pickle. I've sent what I can by pigeon, but now something's attacking them and all. become a postmaster Danzo. It'll be easy. Nobody mentions having to spend your evening hunting for pigeon carcasses, do they? Hmm. Hm. Ähm. Mhm. Ist hier wo die Vögel verschwunden sind? Not the fogiest. Normally they fly true as an Elven arrow. Something nearby is snatching them. I can tell you that much. Ich kann nur suchen, was mit den Taubengeschehen ist. Well, uh. If it's not too much trouble, I'd be much obliged. Any letters you find, bring them back to me. Unopened, of course. And there's some gold in it for you. Okay. Hm. Dann schauen wir mal. Ist hier in der Ecke irgendwo? Schnapis Leben. Ähm. Die Tauben, die den Kurier in der Stadt dienen haben, sind mir Ansehen verdient. Genau. Pff. Ah, alles klar. Pigeons are very sensitive. They can't fly straight if they're disturbed. Mhm. So, da haben wir schon mal ne... Ah. Wie. Taube. So. Ah, die Lady. Ähm. Ähm. Ja gut, aber ich mein die... Haben wir ja schon. Das heißt, sie ist ja schon da. Hm. Hm. We got ours. You got yours. I need you to step back. There must be something. So. Ich hab hier irgendwas von nem... Dings gehört, von der Falle, ne? Hm. Are you trying to get into the city? Got a minute to tell me about your experience at the gate today. Hm. Warum die sich als fucky Augen. There was a skirmish a few days back. A band of absolutists came close to entering the city. People started panicking, so the gate got closed. My editor at the Baldur's Mouth Gazette sent me down to get a first-hand account of the chaos. He wants some fluff piece about the heroic steel watch keeping the mob at bay. Whether or not that's the truth or not. Und ihr haltet das, äh, und was haltet ihr für die Wahrheit? That the refugees here are desperate, hungry, scared people. They're no mob. They just want to be safe. I've heard the rumors. Absolutists marching from Moonrise Towers. Whole towns felled by strange curses. It's no wonder they ran. Of course. I can't write any of that. My editor only released his stories. His friend Lord Gortash approves of. And he's very selective. Ja, grauen auf. So viele in der Stadt haben keinen Schimmel, was vor sich geht? Oh, they know some of it. Most would rather bury their heads in the sand anyway. Saves them the bother of feeling responsible. I'll try and get the truth across. Who knows? Maybe a line or two will meet Mr. Needle's approval. I won't be holding my breath. Okay. We have the jigs for simple. For the good of the people. For the good of the people. We have the jigs for simple. The little monsters go up in the checkpoint. Stalbane is dead. This does not burn well. Okay. Okay. Warum hat das jetzt her kam? Wo führt denn diese Blutspur hin, ne? Können wir vielleicht später mal angehen. Hm. Hier ist wohl noch irgendwo was. Oh, diese Plakate kenn ich ja jetzt. Ah. Äh, hm, 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 hm. So, wo war das? Ist hier unten noch irgendwas? Hier ist noch mehr Blut? Hm, hm, hm. So, die fehlenden Briefe. Ja, das ist ja hier in der Ecke. Hm. Aber da sehe ich jetzt keine... Ah. Ah. Okay. Ja, dann sind wir vielleicht doch vom richtigen Wege. Gereons Keller. Gereons Keller. Angelirions. Hm. Okay. 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 Ah, das ist ja. Habt ihr irgendwas zum Handeln? Immer doch. So. Fliegen kein Finger. Gnome, ja gut. Waffenlose Angriffe bringen mir auch nix. Naja, das ist erst mal. Nichts oder das Wahre. Okay, fast. Okay, fast. Now, let me get back to it. You look different when you're not trying to talk someone down from igniting a barrel of Rune Powder. Chuck your questions at Wolbrun. That's his job. I can make time for chatter after you know what's what. You're here. Good luck. This damn city is more treacherous than the Underdark. Scheint so. Ist ein Wulbrun. Das ist ein Wulbrun. Das ist ein Wulbrun. Es wird passieren. Das schweigende, schweigende, schweigende. Das nicht fühlt. Ja, es geschieht immer wieder. Was ist das? There's something underneath the city. Inside the rock. But when I ask the stone why it shakes. It only screams. I want to go home. Hm. Okay, da wird's noch nach oben gehen. Da ist er doch, der Wulbrun. Und Bracus. Ah, there you are. Good. We need to strategize. Wulbrun is planning something. Lots of moving parts. But I'm still trying to suss the details myself. Er wirkt beunruhigt. Okay. We need to make it to the city. Regretting it yet. I spent a lot of time thinking of worst case scenarios while I was locked in that cell you plucked me out of at Moonrise. I didn't imagine anything as bad as this. The Gondians have handed Enver Gortash the means to bring about the end of liberty in Baldur's Gate. And the citizens have rolled out the red carpet for the new tyrant. Resistance fighters are few and far between. my iron hands what's left of the Harper's and you. I hope. Ja, Gortas so gut wie tötet. Ich hab meinen eigenen Gründen ihn zu töten. As long as our objective is the same, the reason doesn't matter to me. We have a common enemy. But neither of us gets what we want until we deal with our biggest obstacle. The Steel Watch. They're a threat to you, me, and every man, woman, and child in this city. They act all civilized. Servants of the people. But they only serve one man. When he becomes Grand Duke it will only get worse. Laws will change. Freedoms will vanish. And soon you'll be accused and sentenced before you've even committed a crime. And the fucking Gondians are to blame for all of it. Mhm. Hm. Warum gibt der den Gondians die Schuld? They invented the Steel Watchers and they're building an army of them. They've always been happy to provide their technology to despots in exchange for a stipend and the freedom to work in peace. They would have licked Saravox boots, given the chance. And now they'll kiss Gortash's ring while the city screams. I had a plan. To put a stop to them. But the way things are now, if we stick our heads above ground, the watches are on us, like flies on shit. Hm. Was war euer Plan? Same as it always is. Eliminate the threat. In this case the foundry where these atrocities are produced. The Gondians are ingenious, but we're more than equal to them. There's nothing they can build that the Iron Hands can't tear down. I've built something unique for just that purpose. A rune powder bomb. First of its kind. Fifty wizards high on the weave couldn't summon this kind of firepower. Get the bomb inside the Gondian facility and boom. Problem solved. Wolbrin, please. This is too far. Everyone in the foundry would be killed. Quiet, Barkus. The adults are talking. Hm. Hm. Für meinen Geschmack ist dieser Plan zu laut und sorgt für zu viel Chaos. That's what I've been saying. There may yet be a peaceful solution. Fine. You want to try flapping your guns in the belly of the beast? Be my guest. But their idea of diplomacy is a steel fist shoved where the sun don't shine. So take the bomb. Just in case I'm right and you're wrong. Na gut, ich nehme sie aber nur als allerletzten Ausweg. As long as you see sense, I don't care when you see it. The foundry is in the lower city. Down by the docks. Beautiful building. Belching smoke into the sky day and night. Getting inside won't be easy. But when you do, place the bomb at the heart of the facility. Get yourself back to street level. The streets will be clear of watchers in no time. Hm. Interessant. Hm. Oh, 50 bis 120 Schaden. Nett. 10 D8. Ich hab schon mal gegenseit Unbeben. Hm. Okay, bin ich mal gespannt. So, kannst mein Geld noch kurz abgeben. Ähm. Woja, gut. Fürs Schleichen bist du eh du dann. Wann. Wann. Wo bin ich denn? Wann. Sinnvoller. Gut. Ähm. Jo, das wär das soweit. Dann würde ich mal sagen, wir enden wir die Folge. Schauen wir uns das nächste Mal hier noch ein bisschen weiter um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen auf jeden Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao.